Etwa eine halbe Stunde dauerte der Rundgang durch das Klinikum in Kempten. In dieser Zeit wurden die wichtigsten Neubau- und Sanierungsabschnitte besucht. Dazu zählen diverse Untersuchungseinrichtungen genauso, wie die sich noch im Bau befindliche Notaufnahme. Vom Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach hatte man einen guten Blick über die Baustellen auf dem Gelände. Eine davon ist das geplante Bezirkskrankenhaus, das bis zum Jahreswechsel 2014-2015 fertiggestellt werden soll. Die Bezirkskliniken Schwaben haben Bedarf an Sanierung bzw. Neubau und Erweiterung ihrer Betten. Insofern ist die Idee vor vielen Jahren schon geboren worden, dass man das Psychosomatik und Somatik an einem Standort hier an der Robert-Weichsler-Straße vereint, weil es dort eben auch Synergieeffekte gibt, weil es eben auch darum geht, psychisch kranke Menschen in ein normales Umfeld eben hier auch mit einzugliedern und eben das als normale Krankheit auch zu akzeptieren. Die bisherigen Baumaßnahmen kosteten zusammen etwa 7,5 Millionen Euro. Der zweite Bauabschnitt wird rund 25 Millionen Euro kosten und soll im September eingeweiht werden. Ausgaben, die für ein Krankenhaus wie in Kempten nicht so einfach zu stemmen sind, denn schwarze Zahlen zu schreiben wird für Kliniken überall im Land immer schwieriger. Ja, dass im Prinzip die gesetzlich vorgegebenen Erlössteigerungen mit den ebenfalls vorgegebenen Tarifsteigerungen zum Beispiel und den vorgegebenen Sachkostensteigerungen nicht in Einklang zu bringen sind, sondern dass hier eine permanente Unterfinanzierung zwischen den Erlösen und den Personal- und Sachkosten entsteht, die wir dann eben immer wieder versuchen müssen, Übereinsparungen auszugleichen. Und das hat man jetzt schon über viele Jahre, fast Jahrzehnte gemacht. Dessen ist sich auch der später hinzugestoßene Gesundheitsminister bewusst. Im letzten Jahr waren es 43 Krankenhäuser, die rote Zahlen geschrieben haben. Und das war auch der Grund, warum wir uns mit einer Bundesratsinitiative auf den Bund zugemacht haben und haben hier erreichen können, dass für 1314 1,1 Milliarden Euro zusätzlich für Krankenhäuser ausgegeben werden. In Bayern landen immerhin 165 Millionen Euro, was für viele Häuser ein Rettungsring darstellt. Damit es für viele Häuser weitergeht, dafür muss die Politik nach Ansicht Hubers nach der kommenden Wahl entsprechende Weichen stellen. Da sei vor allem Berlin in der Pflicht, so der Minister.